Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Minigames-Folge auf dem GOMMA HD-Server. Was spielen wir heute? Ihr habt's erraten. Survival Games. Das Spiel, wobei ich ein verdammter Noob bin. Meistens. Immer. Zum Teil. Du weißt, was ich meine. Bald wird es auch ein Top-5-Minecraft-Server-Video geben. Dort werde ich euch 5 Minecraft-Server vorstellen. Meine Top-5. Die Server-Adressen, wollte ich sagen, werde ich dann in die Bestreibung stellen. Ja. Das Video sollte eigentlich heute auch rauskommen. Also am 28. Äh, 29. Ich hab's nicht mit Zeit. Ey. 2. 2. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 10. 11. Pfff, pfff! Ja, ich bin erkältet. 20 Sekunden geht's los. Okay. Nee, da renne ich ganz bestimmt nicht hin. Ich krieg sowieso nie was ab. Ich renne nach außen. Let's running ziellos durch die Gegend. Lp. Ey, ich brauch ne Ruhe. Wenn ich mich verrecken will. Am besten mit Essen. Wenn ich mich verrecken will. Boah, Erze ist gerade die Schlachtzeit für den Film. Ja. Noch 42 verblieben. Boah, schon 20 Leute aus. 24 Leute aus. Kuchen. Was hältst du von mir? Oh, das ist ja los. Das ist ja los. Oh, das ist doch so gut. Aber es ist ja los. Das ist ja los. Ich spiele mal 24er. Ich kenne da was ganz lustiges. Sollte jemand nach einem Team fragen, muss man immer sagen, sollte einer eine bessere Waffe als der andere oder bessere Rüstung haben, dann tötet euren Teamkameraden. Der guckt dann immer total blöd. Wenn er vor dir langläuft und mit dir labert und labert und du langsam schon fast von seinen scheiß langweiligen Gesprächen einschläfst, dann tötet er ihn einfach. Außer ihr sagt, ne, den lass ich leben. Das ist cool. Ey, Rotpilz war auch schon. Pinker Pils. Das ist nicht cool. Pinker Pils. Pinker Pils. Pinker Pils. Pinker Pils. Kein Team. Bitte, bitte, bitte. Ja. Metro? Nicht schon wieder. Artyon, wo sind meine Kirks? Nee, kein Dreier Team. Ach komm, das ist doch schön blöd. Ja, genau. Ro Hendong ist tot. Ihr seid alle unter der Erde. Ich bin über der Erde. Oh, unter der Erde sind wir. Oh. Nein. Please, please, let me lie. I'm dead. Meine Fresse. Adlige Scheiße. Von oben könnte man theoretisch auch... Aber auch nur von hier. Ja, also ist da was? Lasst ein Abo da, kommentieren, liken. Ich mach jetzt einfach mal Schluss, weil ich keinen Bock habe, noch eine Runde zu spielen, wo ich sowieso wieder als einer der Ersten sterbe. Also,